Musik Aber jetzt auch nicht so gefährlich werden könnte, oder? Okay, nein, noch nicht gefährlich, sehr gut. Den haben wir noch getötet. Ich habe eine Holzrüstung, wow. Na, hier ist nichts mehr zu looten. Es ist entwickelt, um Temperaturen zu reduzieren und in hohen Temperaturen zu reduzieren. Ich versuche sie in den Kühlern. Wie komme ich in die Pipe? Ah, okay. So, schau ich erst mal so eine Öffnung, wie ich finde, oder? Ah. Ah. So, brauchen wir wohl mehrere, ne? Ach, shit. Ich bin gleich wieder da, ja? Die müssen in die Falle. Und das dringend ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach du Scheiß. Jetzt musst du dich doch noch selber führen hier. Komm mit. Warum wird es denn da nicht lang? Ich werde langsam müde, glaube ich. Der führt dann in den Kessel, ne? Ja. Okay, bye. Das war klar. Das war diese Musik, ne? Ich habe da eigentlich eine Kugel hier hingelegt, oder? Oh, nein. Es ist eine gute Sache, dass die Pipes in der nächsten Runde öffnen und nicht bei der Birchstelle. Jetzt spawnt hier einer nach dem anderen, während ich hier rumfummeln muss. Ne, der Sieg ist weg. Wir nehmen erst mal den langen Weg. Okay, der zweite one ist all set. Wow. Du Affe. Wow. Du Affe. So, haben wir noch den einen hier, ne? Ja. Hier steht was auf, ne? Ja. Wer ist denn das? Ich bin tot, dass ich mich nicht in die Kugel schreien. Ich bin tot, dass ich die Kugel in die Kugel schreien. Wir machen das, damit wir uns nicht verlassen. Warum nicht ich einfach, ich weiß nicht, weg von der Regulierung? Ich bin Angst, dass nur eine Regulierung ist. Ich bin Angst, dass nur eine Regulierung ist. Ich bin Angst, dass nur eine Regulierung ist. trägt sich ja echt alle meine schüsse ausgegeben ich hoffe ihr habt ganz viel eisen dabei ich habe schon alle gelootet da habe ich noch einen haben ok die haben wir schon mal runtergekühlt die dinge ja ja komrad major habe ich noch nicht auch die die betrothen aber die hunderte nicht sie noch ist ich Ich empfassiere, dass Dr. Filatova nicht verletzt wird. Wenn ihr Leben beschädigt ist, muss ihr zur Verfügung stehen. Was? Reschüttet die Frau, die es ist, ich warte tief in Gorr? Was der f***? Traitor Petrov hat Dr. Filatova ohne ihre Wissen. Sie hat keine Ahnung von seinen richtigen Intentionen. Ich meine, der wischösenz von seinem Homicidal-Maniak. Ihre Gefühle muss sich durch eine Art von Verlust. Hmph, zu gut für sie. Sie verdient weniger! Dr. Filatova ist ein berühmter Neural-Surgeon. Ich mag die Story, ne? Okay, Fahrstuhl. Alter, das schreckt mich doch nicht so. Ich fange mal hinter mir die Tür auf. Danke. Komm, 22 Schuss, damit müssen wir erstmal auskommen, oder? Habe ich auch beim letzten Mal gesagt. Hat es einen Raum gehalten. Äpfel? Okay. Boah, ich muss da unten rein. Wirkt für mich wie so ein kleiner Bossraum, ne? Ja, dann. Auf geht's. Aber hier kommen wir wieder hoch, okay. Oh, und der Wurm war auch hier, okay. Oh, okay. bekannt vor ich kann mich euren das war zu unserem ziel das treppenhaus muss irgendwie da oben hinkommen da